Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aliens Swarm. Wir verkacken es immer noch in der letzten Mission und hoffen, dass wir es diesmal schaffen. Hallo und herzlich willkommen ist meine Begrüßung. Nö, ist auch meine. So fange ich alle meine Ports an. Das machen 9 von 10 Let's Playern. Vermutlich mal so. Nein, Hallo Kinder ist noch häufiger, deswegen mache ich das immer. Hallo, Schnaess. Ja, um auf deine mitjährigen Zuschauer anzusprechen. Ja, meine Zuschauer haben auch den IQ von Neugeborenen. Jetzt weiß ich, warum du nur 20 Abos hast. Hallo, ich hab 14. Mittlerweile hab ich sogar 15 Abos. Ich werd richtig free. Alle, die wenige Abos haben, sind scheiße und alle, die mehr haben, sind Fame-Guy. Ja, das Haus wird immer so nicht in der Sophie. Use Panel. Das Panel Usen. Auf, dass wir keine Panik kriegen. Oder Panik? Ach egal, das wird nicht lustiger. Ab, 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 usen. So ne kleine Informerande, ich hab Hunger. Echt? Erzähl uns mehr. So platzende Aliens, da krieg ich auch immer Hunger so. Ja, das sieht so appetitlich aus, ne? Das find ich auch. Naja, so ein bisschen... Also ich mag die Barberschotten. Ich glaub, ich hab jetzt wegen den Chicken Wings von Willi Hunger bekommen. Stimmt, aber vorher hätte noch jetzt Cam angehabt nebenbei oder so. Ich hätt die Cam ausgeschalten. Wir hätten hier ne Webcam machen sollen. Ja, wie man unsere erschreckten Gesichter sieht, so ne? Wie gut, dass ich keine Webcam... Ach, das Video dieses Blink... Wir sind wieder in die Sackgasse gelaufen. Wie jemand will, hier ist Blinkpok, mit dem könnt ihr euch teleportieren. Übrigens, ich bin hier in der... äh, Dings. Ich bin hier am richtigen Weg. Nur so, falls ihr euch mal dazu bequemt nachzukommen. Ach, du machst das schon. Ja, du machst das ja immer grandios hier. Ich lebe noch, Drachi. Ich lebe noch. Noch. Richtig gesagt. Gut, dass du noch sagst. I am Legend. Noch. Oh, oh, ähm... Ah, die springen von oben runter, die scheiß Spiecher. Ich spawne die, spawne die, glaube ich. Die sind nicht gespawnt, die waren noch in dem anderen Viech drinnen. Ach so. In der Brutmutter. Mining Laser braucht man aber für den Scheiß da oben. Ich will den aber nicht nehmen. Will den aber nicht? Irgendwer muss den Mining Laser nehmen. Und ich kill den, weil die hinten mal ein bisschen... Ja, okay, dann lege ich die scheiß Shotgun weg und behalte nur noch die Baba Shotgun. Ja. Hauptsache, du hast den Mining Laser. Dann muss ich mir zwei nachher wieder irgendwann zurückholen, aber nun gut. Kann ich die Teile messen? Ist da irgendwas drin? Habe ich noch gar nicht geschaut, ob da irgendwas ist. Ähm, apropos... Manche Kisten kann mich ja auch zerstören, falls es irgendwen interessiert. Bei wem geht es gerade da hinten so ab? Bei mir nicht. Gut, bei mir geht auch nichts ab hier. Oh, 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 oh. Dem Willi geht nur einer ab, dann passt es ja. Oh, 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 oh. Ich brauche euch gleich mal vielleicht ein bisschen hier. Ich werde gerade getötet. Weil ich gerade versucht habe zu hacken. Ja, Hacking ist tödlich. Lass bitte das Eigentum anderer Menschen in Ruhe. Genau. Er freut jetzt schon wieder auf mich. Rauchen kann tödlich sein, hacken aber auch. Oh ja. Leben kann tödlich sein. Nein, das nicht. Nee, das ist immer tödlich. Das Leben per se ist aber nicht tödlich. Naja, Willi lebt ewig, wussten wir es doch. Oh nein, ich bräuchte mal Leben. Danke. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich da mit der Tesla-Kanone ein bisschen draufzumache. Du musst rumlaufen, Drachy. Drachy, lauf im Kreis rum. Genau. Und während wir dich boxen, musst du da rumlaufen. Ich wollte dich mit der Tesla treffen. Ich bin gleich tot. Ach, jetzt habe ich gerade den Dings da hinge... Ich bin tot. Schön, die Zeitung. Haha, in drei Minuten wird neu gestartet, war ich der einzige Tech-Marine-Board. Toll. Oh, toll. Ja, ich bin wichtig. Wie lange haben wir noch Zeit? Genug. Genug, für die Folge reicht's. Ich habe schon wieder am meisten Kills, was dir... Ja, ja, ist doch jetzt egal, machen wir weiter. Wer hat am meisten Friendly Fire? Ich. Scheiße. Boah, wer hat mich gerade geforst... Alter, die scheiß Kinder da draußen, die kotzen mich jetzt gerade an. Entschuldigung. Das ist bei dir. Ja, ich wohne in einer kinderreichen Straße und die spielen dann immer da vor uns da. Hol den Mining Laser raus. Im Rentnergebiet. Ja, genau. Ich... Nee, nee, wenn dann mit der Kettensäge, das macht mehr Spaß. Ja, können wir uns Kettensäger Standard holen? Äh, die kann man sich freischalten, aber erst auf einem relativ hohen Level. Ich vermute mal, Level 7 gehört nicht dazu. Nein. Wer spielt denn dann mehr als einmal durch? Was nehme ich denn jetzt mal mit? Wieso ist der Kuhn eigentlich Level 1 und wir Level 7? Vielleicht bin ich Level 7. Was, der Kuhn ist Level 1? Steht bei mir jedenfalls so. Nee, vielleicht ist das... Ach, jetzt stimmt's ja jetzt, wo der es ja kraftatisiert hat. Kurz gedauert. Tesla-Kanone bringt's irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, ich weiß nicht, was ich mitnehmen sollte. Ja, doch, die Tesla war gar nicht mal schlecht. Ich glaube, eigentlich braucht man für das Spiel zwei Stunden. Wir sind bestimmt schon bei drei oder so. Hey, ganz... Als letzte Waffe gibt's einen Granaten-Dings-Launcher. Man kann relativ viele Waffen mitnehmen. Muss man noch schon... Da steht gar nicht da, welches Level man haben muss, oder? Ach doch, 27 braucht man für einen Granatenwerfer. Und die Kettensäge braucht man 23. Okay, sollen wir... Lass mal neu verteilen. Also, wenn das so weitergeht, schaffen wir Level 23 locker, bis wir mit dem Spiel durch sind. Ja, mal abgesehen davon, dass wir in der letzten Mission sind, ja, doch. Wenn das jetzt ewig weitergeht, dann schon. Ich kann nur eine Tech-Dings holen, eine Tech-Auto-Gun. Ist ja scheiße. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Techniker nehmen, weil sonst das Spiel verloren ist, wenn einer verreckt. Ja, stimmt. Okay, Alex, du nimmst mal den. Ja, ich bin schon... Ja, er halst es mir immer den anderen auf. Warte mal, was war... Was kannten der überhaupt alles? Fünf Fragment-Granaten brauche ich nicht. Ja, okay, gut. Ich hab mir jetzt mal... Weil die Doppelpistole ja so gut funktioniert. Kann ich jetzt noch irgendwas... Nein, natürlich nicht. Also, circa eine Stunde kann ich noch aufnehmen, würde ich sagen. Dann ist meine Festplatte voll. Gut, dann beeilen wir uns mal. Ja, komm, nimm einfach mal, nimm irgendwas. Aber das ist nur circa, es kann noch zwei Stunden sein. 253 Gigabyte sind noch drauf. Wie gesagt, der Rechner hat 500 Gigabyte. Da könnte ich nicht mal... Na, könnte ich nicht lange aufnehmen. Na, ich nehme auch immer bloß ein, zwei Folgen am Stück auf und tu die dann direkt gleich verarbeiten. Ah, okay. Ja, ich mach immer. Ja, bei mir hat das Render da auch immer nur eine halbe Stunde von der Folge, deswegen ist das ganz okay. Ja, bei mir auch. Voll in Full HD und so. Na, ich nehme ihn bloß in 720... Ah, okay. In 768p auf. Hey, ich hab grad gesehen, dass ich da eine Frühlingsrolle machen kann. Ich hab auch noch Frühlingsrollen. Ich hab gestern aber erst welche gemacht, deswegen, naja. Ja, da hab ich auch noch wirklich im Tiefkühlfach, die kann ich auch noch essen heute. Oh, ey. Hört's auf, von Essen zu reden. Oh, diese Frühlingsrollen, weißt du, so mit dieser Soße dazu, richtig frisch vom Asiaten. Oh, kennt ihr, kennt ihr, so, äh, ich find ja Sojasauce ist eh das Beste, was es gibt. Aber nur zu Sushi. Was war Sushi? Nur zu Sushi. Sushi schmeckt... Nein, Soja, Sojasauce schmeckt zu allem. Nein, Sushi, nur zu Sushi. Ich hab letztens Pizza mit Sojasauce gegessen. So, jetzt dürftest du kein Hunger mehr haben. Pizza mit richtig frisch, Knoblauch ist es. Alex, jetzt dürftest du kein Hunger mehr haben. Ah, überhaupt nicht. Sojasauce passt zu allem. Ja, ich auch. Na, bloß zu Chinesisch. Mache cool. Hä, Willi, sie haben schon wieder auf mich geschossen. Oh, das ist ein Viecher, das ist ein Viecher, das ist ein Viecher. Ja, ach was, sag bloß. Ja, die hab ich nicht gesehen, die waren von dem, von mir da wohnt. Die Tesla, nun ist irgendwie verdammt gut, wenn es um... Ey, wir laufen gerade zum dritten Mal falsch oder so. Oder zum vierten Mal. Da gibt es wieder das Blinkpack, wenn es ist vielleicht nur irgendwie... So, ne, dann will ich die Rüstung wieder haben, so. Hier kannst du ruhig haben, wenn du willst. Wir brauchen mal jemanden, der den Kuhn halt, den Willi, sonst ist der gleich wieder tot. Das war sowieso, aber... Ja, stimmt, eine Runde heilen wir vielleicht noch nicht schlecht. Ja. Ja, dann sind wir alle wieder voll, weil das ist total fair. Willi ist sowieso immer voll. Boah, ich... Ich hab keine Schenkelklopper mehr übrig, ne? Tut mir leid. Tesla-Kanone. N-n-n-n-n-n. Ach, scheiße, sie hat das... Mit sehr authentischen K... mit der Autor authentischen Waffengeräuschen Krikler durchsicht verkürzt wenn ich habe vergessen Boxen 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 um ist klar wie es kommt nicht mehr du bist ein Volk der Gli mäßig um Friedhof die Lurie da kann ich ja die Doppelpiste immer wegwerfen braucht die Wehe zufällig Niemann die Doppelpiste war gar nicht mal so schlecht ja du bist nicht verreckt das ist das stimmt ich habe immer ich habe jetzt die ganze Diche benutzt die Autor wir müssen diese Dinger unten schnell zerstören weil da immer diese Kleinen rauskommt die da es geht mit der Tesla Kontrolle ganz gut ok perfekt ja ok da macht der Tesla Typ das mal achtet uns auf immer auf die Viecher achten auf die Kleinen oh oh hinten 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 die tut so schön alle Kleintal alle kleinen Viecher fritzeln nnen 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 wir brauchen die wieder in die Linie für da wie sie wollen die Linie ist gut wie die Bauernbauer für die Möbel die Dinger weil ich war so ich kann so wie ein bisschen auf Risiko das ist nicht voll ungewohnt auf 1.000 ok zu die drei Euro der Autor Hexen gewohnt sich sobald die Tür sich er hatte du Hext zwei drehen sich um und sobald die Tür aufgeht um schießt sich um weil hinter sind die allerdings Teil der sagt Bescheid sagt ihr euch das letzte Teil drehst ne bevor das letzte Teil drehst du dann gehst du sofort zurück ne das klingt gut also ich dreh das letzte Teil jetzt ok von hinten kommt glaube ich nix mehr weg Drachi, Drachi, geht der weg bereit und wir sollten die Tür kaputt schießen ja los gut man hat auf mich geschossen sorry ja du hast ich hab doch gesagt ich mach das ja also für die kleinen Spinnen ist die Tesla-Kanone wunderbar braucht einer von euch die ähm Dings ich auch Muni ok da muss noch mal jemand hochgehen und das Ding aufmachen glaube ich weil ich mach das mal schnell braucht jemand von euch die Jetboots wofür braucht man die überhaupt damit kannst du fliegen warum soll ich fliegen das hätte ich jetzt nicht gedacht was hätt ich davon zu fliegen dann kannst du über die DL über die Gegnermassen drüber springen und die dabei gleichzeitig verwunden weil da machst du so voll den über Karate-Move okay da kommt das Ding was ich gerade aufgemacht hab sehr schön geh auf du blöde Tür vielleicht sollten wir das Teil dahin kaputt machen warte ich mach das Teil erst mal kaputt soll ich soll ich ich hab Lenkraketen ja mach mal so ich soll vielleicht auch noch mit rein wäre vielleicht nicht schlecht bietet sich an nicht raus ja perfekt ich glaube wir den Kampf gewinnen wir no doch doch ja das krieg ich danke Drachy ja eins reicht meistens ok wer braucht gleich wieder noch eins sonst ist er tot danke nochmal Anne aber hey wenn wir alle übernehmen spart man ein bisschen mit den Deal-Kits die werden wir noch brauchen bis hier in der Fall vier Stück hab ich noch bisher hat sie dreimal der Willi gebraucht da wird die Hälfte von der Map geschafft was ist irgendwen interessiert ja das ist doch gut den wichtigen Teil haben wir jetzt hinter uns ne welchen wichtigen Teil den Teil wo ich noch leben muss sowieso ah ja komischerweise lebst du am Ende ganz selten nur noch n m m m m m m m m m ja m ihr Prozent weiterkommen wollen wenn der Fall ist aber ich sage euch aber nicht Bescheid ich habe es nicht das sieht man ja wenn du stirbst das sehen wir schon eben aber was ist das für eine geile Waffe meine Post nehmen eine ich hab die hier sorry so ist es auch die sieht relativ lustig aus schießt ein cool oh ja da oben gibt's die Warte ja ich gehe mal hier hier geht's aufheben dann muss ich euch nicht die ganze Zeit damit belasten so ich glaube ich habe jetzt ein bisschen viel übertrieben und soll ich jetzt und ich hab noch nicht nur noch die Sitzung auf die Reise jetzt sind die Computer kaputt schlagen ja erger passt mal ja genau da passt ein bisschen auf genau ich bin noch von vorne von vorne gekommen ihr macht die hinteren um irgendwie voröstliche gerade mal alles ja passt doch ja das Ding für weiter das war ein bisschen die Menschenmassen abschießen es ist egal wir können er weiter die tot die die aliens meinst du da kann das Menschen Dorel das sind keine Menschen sind die Aliens ähm wieso geht die Tür von selber kaputt weil ein Viech auf der anderen Seite steht da ist auch so das will aber nur spielen ganz sicher so wie wir wir wollen auch nur spielen uah ich will doch nur spielen hier ist auch noch ein das lastige Sons einlaufen bekommen es sind hüten bis man so gesagt nennen schimpft wir haben ja hier geht gut ist gut dass du nicht drauf geschossen hast während ich das Heiler abgelenkt habe ja das ist so tolles Teamwork ich bin danke schön zöger in den Spinnlicht hat wieder auf low hp htp ja hier haben wir gerade eins ausgepackten hielten aber es ist das wo 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 ist das ich habe noch mein eigenes Hieling Kit hier ollen Vorsicht geht weiter Stimm der hat der Säger noch jetzt 3 ja gut das klingt gut oa aua klingt besser als beim letzten Mal zumindest und wir sind auch schon weit sind wir schon weit als beim letzten Mal ähm ja vorsichtig ich bin auf Lohr und Säger bei den Umweg gegangen auch was wir wollen und bis in der Fall okay wir machen die Ablenktaktik die Arie Ablenker hat die Ablenktaktik und sich bei uns aufgrund der Leckse als die Lübe sind die Ablenken lassen Uja aber ich kann hier beim Schild da und ist folgert wo 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 ich auch ausnahmsweise mal ach halt aber ich werde ich nicht einmal dazu für Kriegslenker 2 habe ich nur also jetzt ist das ist schon ja jetzt geht es mir wieder besser Boah, Quick Reload, ne? Da bräuchten wir irgendwas richtig, ne dicke Waffe da. Hast du das auch schon gelernt? Ja, wow. Ja, genau, perfekt. Links ist wieder ein Riesenvieh. Jetzt haue ich allerdings keine mehr, das ist jetzt das Problem. Ah, das verfolgt mich. Ja, warte, ich halte es auf. Ja, ne, passt schon, okay, wir haben es. Oh, die Autogun, hast du gesehen, wie die Autogun dir niedergestreckt hat, ey? Ja, ganz mies. So hart. Es liegt hier, Mining Laser, mal wieder. Ja, okay, dann muss wieder einer den Mining Laser, das Ding durchhauen. Ich hab den Mining Laser schon. Soll heißen, Willi ist nicht mehr wichtig, oder was? Ich auch schon. Ich hab Zeit gespannt, dass... Ach, du hast die Meinung gesagt, ich hab nicht gesehen, dass du das bist, der das gerade aufbringt. Da hinten wird noch ein neuer liegen. Ja, dann nehmen wir mal mit, nehmen wir mal lieber mit. Ach, der Zigaretten-Typ, ich glaube. Scheiße, da kommen die Kleinen, die Kleinen kommen oben. Was hat der Zigaretten-Typ gesagt? Okay. Für die Kleinen die Tesla-Kanone auspacken. Wir sollen irgendwas erreichen. Ah, gut, danke, Drachi. Irgendeine Zone sollen wir erreichen. Hey, ich hab absolut keine Munition mehr. Sehr geil. Warte, ich kann dir, ich kann dir mit G eine Waffe geben. Ja. Okay, Drachi, dann hier, nimm mal deinem Mann, mein Mining Laser. Der gegen die Gegend kein Schaden macht. Perfekt, okay. Kein Ding. Oh, oh. Oh, oh. Wie die Mosse, ich hab keine... Ja, nicht, so. Ja, nicht, so. Drachi boxt sich halt durch. Ach, du, da oben, das ist so. Oh, Drachi, Drachi ist infiziert. Ja, nicht mehr Drachi. Ja, nicht mehr Drachi. Sie hat das Ding nicht mehr mit der, wir brauchen das Ding sonst. Ich glaub, Leute, Leute, ich verpiss mich. Tschüss. Wie bist du? Da fuck? Da fuck? Sind das viele? Ist das krank? Oh, ich bin tot. Ist das krank, ist das krank, ist das krank? ich bock mich durch anrufen gut alle wieder überliebt ich bin froh und ich werde es auch leichter sein jetzt haben wir auch nichts mehr zum heilen das ist das absolut Prozent ich habe hinten ungefähr 20 Nester niedergestreckt der Schöne der Schöne er ist auch mal ich bin die Prooffizierer komm ich mir besser klar der Drache du musst alles hast du ich habe nicht mal immer ich sehe ich habe meine Waffe du musst haben wir aber so kannst wenn ich mal ein schlechter Zeitpunkt ja okay aber ich habe die meisten Nester du musst nur die Monster zerschönen die meisten Nester habe ich schon gemacht wo sind die viele PDA das war alles voll mit Nester ne das sieht man noch sieht es ist das Leben was da oben rumliegt ja guck dir mal guck dir mal nach das war ja erst mal das Zeug was da liegt das ist ne Computer das ist ne Computer da 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 hinter dem Gerüst ach da ja Munition zum Beispiel das ist los das ist das unsere Mission das Zeug zu holen sind auch die Linke zu und zwischen ja das ist die Linke das ist die Linke das ist das 1 1 okay danke gut gut das heißt das Achtel muss sich durchboxen hast du den Laser mit genommen hast du den Laser okay dann geht zurück hol dir den Laser und dann hol dir noch mal die Läderer doch 1 und dann doch auch ich habe auch ein Laser liegen lassen wenn du meine Leiche aber ich habe ich habe den oder das ist der Richtige meine Leiche liegt übrigens direkt dahinten nur die Bogen der die Kitz mit ja ja ich nehme alles mit gleich noch mal eins reinhauen so da noch mal eins mitnehmen und dann noch mal Munition auch schon komplett voll machen und das stört die Bioma alle muss eh durch Neuer die Biomasse verwundet dich ich wollte nur mal kurz erwähnen wenn er nicht auch gefallen was müssen wir jetzt noch die Serie irgendwas zu tun außer der Biomasse naja mach erst mal die Biomasse kaputt bevor du jetzt noch hier irgendwie stirbst oder so Feuer da mal Granate drauf nee besser hab was besseres ah ja genau stimmt das hilft das hilft genau ist es eigentlich gefährlich ein Laser im Wasser einzusetzen ach was das ist voll Laser was elektrisches ne das ist nur voll Laser Laser sind aber eigentlich gebündelte Lichtstrahlen ja aber die dass das Gerät dass diese Lichtstrahlen als einmal kurz an der Stand was ich überhaupt machen muss also ausreichert um rumlatschen ähm du musst durch die Biomasse durch da ist ja noch die Biomasse komplett äh aber wieder wie komme ich da oben hin ach da muss ich dieses Ding da oben ausfahren ah dann muss ich den Computer hacken damit diese Tür wieder runter geht nein nein doch da ja sonst komme ich da oben nicht hin auf die Höhe achso ok da ich dachte es geht so oh Gott hacken ist irgendwie lustig so musst du wenn jetzt ein Vieh kommt ist natürlich am Arsch ne ja ich muss auch die Sankt Sankt schon Bescheid ich muss im Komis das Minispiel machen was ich nicht checke du musst du da so kleine Panel drehen was das ist total einfach das habe ich direkt beim ersten Mal geschafft was möchte ich nicht angeben oder gut du hast es geschafft du musst die Dings läuft du musst die einzelnen Dinger so drehen dass sie um äh dass der Strom durchfließt das mit Verbindung hergestellt wird Prozent nein nicht die Rohre ich meine es ist es mit sozialen so eins und so ach so oder das ist das ist schlimm das hatte ich gar nicht das ist nervig Astus langsam nur ich hab keinen Plan wie das gehen vor soll soll ich das mal googeln du musst mit Hilfe von den Tasten die unten sind versuchen dass alle eins in einer Ebene sind ah ok ah ok ja gut dann mhm perfekt und ah ok eine fehlt mir noch ups gut oh oh escape escape blatter musst du jetzt hin du musst fliehen weg du musst zurück fliehen fliehen du musst zurück du musst das ganze Teil zurücklaufen ja kann ich auch die Räume oder so und der Menschen Warte dafür ist es auch 120 Sekunden du musst du musst nach unten du musst Prozent dann muss irgendwo rechts abliegen ich sag dir Bescheid ok ok gut lauf den ganzen Weg zurück einfach jetzt links oh oh ich glaub mein Bild hat sich aufgehangen er läuft bei mir nicht mehr die nächste rechts ich mach das schon gerade gerade okay bei mir jetzt hier auch das aufgehangenes Bild ne jetzt geht's wieder ich bin auto disconnected fuck da sind überall Viecher nein ich hab keine Chance die sind überall die haben mich eingekreist nein die haben mich eingekreist keine Chance gehabt oh was soll ich denn da machen die waren ja echt überall auf einmal da keine Chance gehabt viel zu viele oh die müssen wir nochmal machen ja aber das wird die nächste Folge mein Steam ist weg ne echt ja bei mir ist auch kurz ewig geleckt ja ja dann machen wir Schluss ne oder ja die Folge ist auf jeden Fall zu Ende würde ich sagen ok dann danken wir euch dass ihr auch diesmal dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss tschüss